Euch liegt der Rhythmus sehr gut und ihr wollt dem Rhythmus folgen, dann seid gewusst meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englandern zu Rhythm Paradise Megamix, dem nächsten Part. So, ähm, sieht so aus, als ob wir im letzten Part das Tier abgeschlossen hätten. Ja, die Wächter, die Torwächter haben wir besiegt. Weiter geht's. Ja, rein spaziert. Ein Tisch für zwei Personen nehme ich an. Äh, ja, denke ich mal. Darf ich Ihnen vielleicht schon etwas bringen? Oh nein, ich kann euch ja gar nichts anbieten, wie peinlich. Unser Bestellrhythmus war ziemlich verkehrt geplant. Jetzt haben wir gar keine Zutaten mehr im Haus. Eine untragbare Situation. Das, was soll ich tun? Äh, versucht der etwa uns etwas zu sagen? Hm, ganz ehrlich, ihr könnt mir schon helfen. Aber ihr hättet sicher auch Spaß dabei. Seid doch so taktvoll und besorgt mir die Zutaten. Gute Zutaten. Und Taktgefühl, mehr braucht ihr gar nicht. Selbst Kartoffelnschädeln geht viel besser mit Musik. Hat schon mein Mentor immer gesagt. Und der konnte das Kochen senkt. Er fand sich mit Kochen aussteht, aber egal. Wirklich? Also, das ist ja mal faszinierend. Ja, nicht wahr? Also, könnt ihr mir helfen? Na gut. Super, vielen Dank. Hilft mir, dann mache ich euch euer Detour auf. Und es denkt daran, ich verlasse mich auf euch. Hm, hat der uns vielleicht gerade überruppelt? Naja, ein bisschen. Aber, wie klingt das denn? Die drei Klackführer. Na, machen wir. In das erste Minispiel. Die drei Klackführer. Auf geht's. Wir klatschen in Intervallen in die Hände. Und du bist zuständig für das dritte Klatschen. Na dann. Also gut, wir sollten erst mal üben. One, two, three, four. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Kamera richtig eingestellt ist, aber sieht gut aus. Ja, und da habe ich es glatt verkackt. Timing ist anders. Ja, hier muss ich ein bisschen weniger reden, weil, ja genau, darum. Damit ich es irgendwie schaffe. Zack, 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 ich habe es komplett verlernt. Okay. Ich darf es nicht verkacken. Ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Nein. Was soll denn der Mist? Ach, nö, das ist sowas von daneben. Hm. Enttäuscht mich auch irgendwie ein bisschen. Viele Monate später. Oh, Schlingi kommt. Hallo, ich bin's wieder. Schlingi. Ich weiß gar nicht, wie ich den gesprochen habe. Also, wie läuft's so gerade? Ich frage natürlich aus einem bestimmten Grund. Hast du etwas Probleme mit die drei Klackhörer? Ja, aber sowas von. Ich hatte da einen Vorschlag. Du gibst mir drei Münzen und ich markiere das Spiel als geschafft. Naja, eigentlich müsste ich es ablehnen und so lange machen, bis ich es geschafft habe, aber wir wollen das jetzt gleich ja nicht ewig machen, also. Los. Na, löse mich von meinem Kummer. Ja, ich bin halt einfach zu schlecht. Vielleicht bin ich im nächsten, im nächsten Level einfach besser. Ah, das Sonnendach ist wieder dicht. Perfekt. Wenn ihr so weitermacht, ist das Restaurant bald wieder im Takt. Na, Cosmo. Das ging jetzt nicht weiter besser als die drei Klöre, aber los geht's. Drücke A oder Steuerkreuz nach unten oder oben, links, rechts. Ihr wisst, das ist das Steuerkreuz. Um die Invasion abzuschießen, ich bevorzuge A. Lass uns zuvor erst mal ein paar Übungen machen. Okay. Lüfte machbar sein. Zack, 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 zack. Oh. Deiner hat reingehauen. Wow. Trafsicher. Los, noch eine Übungsstaffel. Gerne doch. One, two, three, four. One, two, three, four. Au. Oha. Zack, zack, zack. Oha. Die Takt zu hauen ist gar nicht so leicht. Zack, 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 zack. Oha. Warte mal, stimm mal. Ich sehe die Schwierigkeit an diesem Spiel. Ah. Zack, 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 zack. Ah. Komm schon. Anknopf, kaputt hauen. Zwei, drei, vier, fünf. Ah. Ich schaff das doch niemals. Immer einer haut rein. Fast. Puh, das war zufällig. Wie sehr ich das Spiel gar nicht kann. Eins, zwei, drei. Zufall. Gerade so ausgezeichnet. Naja, ausgezeichnet war das nicht, aber... Hm. Na, das wird ja heftig. Schnapp sie dir. Na jetzt. Los, auf den Bitmoorismus achten. Ach so, das war nur zwei. Nein, was soll denn der Mist? Die hauen eher mich, als ich sie. Zack, zack, zack. Nein. Ich bin so schlecht. Zack, zack, zack. Ah, wieso habe ich das in der Übung geschafft und jetzt hier nicht? Ah, da hast du kaputt gemacht. Gut gemacht. Naja, das wollen wir mal sehen. Stimmt nicht. Ja, ist klar. Muss ich nochmal machen. Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Und absolut kein Taktgefühl habe. Aber dann habe ich es doch irgendwie geschafft. Gut, Geld habe ich nicht geschafft, aber Silber zumindest. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Kann man wirklich sagen. Mission erfolgreich, aber es war knapp. Ja. Sehr knapp. Letere Spiele warten auf uns. Müssen wir heute auch noch schaffen. Wo oder übel. Heilige Zitrusfurcht. Ich brauche noch mehr. Schwebeteile. Okay. Ich habe das Spiel schon mal vor einem halben Jahr durchgespielt. Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Was jetzt nicht gut ist, wenn ich mich daran erinnern kann. Weil dann war es scheiße. Och, nein, nein, nein. Ich glaube, ich weiß irgendwas. Das ist auch scheiße. Nein. Nicht das. Ups. Ich glaube, wir sind gerade entdeckt worden. Also, demonstrieren wir mal unsere Agilität. Auf Kommando mit A geht es einen Schritt vor. One, two, one, two, three, four, five, go! Oh, wie scheiße. Ich bin der Blaue in der Mitte. Go, 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 go! Zack, 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 zack. Ich habe es verstanden, aber ich kriege es nicht hin. Zack, 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 und zack. Ja, genau so. Zack, 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 zack. Nicht zack, nicht zack, nicht zack, nicht zack, zack. Ich haue eigentlich immer auf die Tastan, aber egal. So muss das sein. One, two, one, two, three, four. Nicht, zack, nicht zack, nicht zack, nicht zack, nicht zack, hau. Nicht, ah, nicht, ah, nicht, ah. Ah, nicht, ah, nicht, ah, nicht zack, nicht zack, nicht. Nicht, zack, nicht, zack, nicht, zack, zack, nicht, zack, nicht, zack, nicht, zack, nicht, zack, nicht, zack, nicht, zack. Oh, ist das schwer. Schwer, im Rhythmus zu bleiben. Was? Jetzt auch noch andere Sachen. Ach, scheiße, wie soll ich denn das machen? Wir sind drei hintereinander. Nicht zack, nicht zack, nicht zack, 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 nicht zack, 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 zack 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 nicht zack zack wie gesagt rhythmus nicht sind zwei völlig komplizierte das ist glaube ich noch die übungspart könnte ich mal endlich weiter zum spiel sonst wird das spiel hier überhaupt nicht mehr fertig heute werden wir ja gar nicht mehr zack 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 ich will einfach nicht mehr zack 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 danach ist meine A-Taste so was kommt von kaputt ich will es auch nicht schaffen geschafft sehr schön sehr schön prima und so bewähren wir uns jetzt weiter fort ach wie sehr ich mich drauf freue kein schwarzer bildschirm das ist doch scheiße wie scheiße wie ruhig geht es nicht ich weiß den rhythmus doch gar nicht und und am anfang habe ich es geschafft nichts hat nichts hat nichts hat das habe ich dann irgendwann hingekriegt aber ähm leute ist heute hier ein part ist wirklich hier eine ewigkeit später nach dem dritten mal hallo ich bin es wieder schlängi also bei dir läuft es heute richtig bescheiden oder ich war natürlich aus einem bestimmten grund bist du irgendwie scheiße oder so hast du irgendwie gar keine rhythmus am los ich hätte da einen vorschlag geh mal irgendwo mal zum musikunterricht und der mal noch ein bisschen rhythmus technisch ist eine richtige schlammasse hier super die deko steht schon wieder sehr gut gemacht wenn das nur mein mentor sehen könnte der erste kontakt macht okay machen wir es das sieht sehr spacig aus na dann auf geht's hallo ich bin marsianer ich habe eine nachricht für euch erdlinge wirst du sie übersetzen achte auf den rhythmus dessen was ich sage dann wiederhole ihn mein transformator macht den rest komm wir üben erstmal zack 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 ähm ja zack 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 Entschuldigt mein Verhalten heute, ich bin hier wirklich am Arsch. Das ist wirklich kaffe. Na. Ist zum Glück nur die Übung. Kann doch wohl nicht übersetzen. Geschafft. Aber sowas von. So jetzt der Ernstfall. Den werde ich doch von vergeigen. Reden können wir auch nicht mehr. Oh, das geht aber. Naja. Wow, genau. Eins, zwei, drei, vier. Die Übersetzungen sind gut. Nieder hier, guck mal. Sowas. Wenn man das richtig übersetzt, also wenn man das alles am Rhythmus macht, dann kommt ein richtig guter Satz raus. Lustige Satze kommen da raus. Ja, schlecht als recht. Ich glaub's nicht. Jetzt könnte es einmal in diesem Part was schaffen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Hallo, ich bin's wieder. Hallo, ich bin's wieder. Schlengli. Also, wie läuft's gerade so auf YouTube? Mir drei Münzen und ich markiere das Spiel als geschafft. Na los. Geschafft habe ich ja heute nix, aber Schlengli macht das hier für uns. Ja, ich übergebe da mal die Moderation an Schlengli. Ja, ähm. Also, ein guter Part war das heute nicht, aber egal. Ich will's nicht auslassen, diese Ebene. So viele Zutaten und ich habe die freie Auswahl. Sie sollen die Waffen im Kampf gegen den Hunger meine Gäste sein. Fantastisch. Sie sind übrigens auch echt hungrig. Kannst du uns nicht schnell was Schönes machen? Kein Problem. Ich mach euch gleich ein 5-Gänge-Mü. Aber darf ich euch erst die Tür öffnen, wo ihr doch alles geschafft habt? Ja klar, hab ich alles geschafft. Und jetzt zeig ich euch, wie ich arbeite. Ich koche euch was, das euch inspirieren wird. Fantastisch entgegessen. Oh nein. Wie konnte ich das... Oh nein. Wie konnte ich das nur vergessen? Hm. Was denn? Äh. Ich bin eigentlich nur Fürst Nager zuständig. Der Hut ist nur Lien. Kochen kann ich gar nicht. Wie kann man denn sowas vergessen? Ja, tut mir leid. Aber so ist das nun einmal. Kommt es trotzdem mal wieder vorbei. Würde mich freuen. Aber ich hab jetzt Hunger. Na ja. Ähm. Kriegen wir halt nichts zu essen. Haben wir uns auch nicht verdient. Ähm. Ich glaube ich nach oben. Soll es auch irgendwie gefallen haben. Sollte es... Erbärmlich genug gewesen sein. Sollte es noch einen Daumen nach oben. Ja. Im nächsten Part geht es weiter. Zeit Ebene... 5. So. Das... Ähm. Im nächsten Part geht es weiter. Ihr seid... Färbt euch wohl. Haut rein. Ciao, ciao. JR. Outro